Nach Drohung von ihrem Ex, GNTM Gerda reagiert endlich Jetzt spricht Gerda! Nach ihrem Aus in der TV-Show Germanys Next Topmodel überraschte die Brünette Bauti mit der Trennung von ihrem Freund Tobi. Während sich die Laufsteckschönheit lange über das Liebesaus bedeckt hielt, legte ihr Ex nach dem Beziehungsende so richtig los. Im Netz drohte er dem Nachwuchsmodel damit, hässliche Details auszuplaudern, falls sie nicht überlege, was sie tue. Jetzt reagiert Gerda Lewis auf die heftige Ansage. Es ist gut, dass sich die Wege jetzt getrennt haben, erzählte sie im Stern-Interview. Die ehemaligen Turteltauben betreiben beiden erfolgreiche Sozial-Media-Kanäle und unterstützten sich gegenseitig im Netz. Aber die Liebe ist auf der Strecke geblieben, so Gerda. Zu Tobias Drohung kann die 25-Jährige nicht viel sagen, wenn er meint, das machen zu müssen, soll er das tun. Ich möchte mein Privatleben nicht in die Öffentlichkeit tragen. Vor drei Wochen schwärmte Gerda noch von ihrem Freund, wir sind jetzt seit knapp einem Jahr zusammen und ich muss sagen, dafür, dass es mein erster richtiger Freund ist, mache ich es ganz schön gut. Kaum zu glauben, aber die Beauti hatte vor Tobias noch keine Beziehung hättet ihr das gedacht? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab. Bis zum nächsten Mal.